Liebe Konstanzerinnen, liebe Konstanzer, heute möchte ich Sie einladen. Wir haben ja die neue Gemeinschaftsschule fertiggestellt, fertig gebaut. Es ist die größte Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg geworden. Es ist ein sehr schönes, sehr helles, sehr freundliches Gebäude, das eine, wie wir meinen, tolle Lernatmosphäre bietet. Und direkt nebendran eine neue Dreifeldsporthalle, ebenfalls in der Festerlozzi-Straße, ganz nah am Petershauser Bahnhof. Und ich will Sie heute einladen zum Tag der offenen Tür. Am 3. Dezember von 11 bis 15 Uhr wird das Haus offen sein, wird die Sporthalle offen sein, werden viele Ansprechpartner vor Ort sein, um Rede und Antwort zu stellen. Sie können einfach durchlaufen, sich das alles anschauen. Ich will Sie dazu herzlich einladen. Ich denke, es ist ein Haus, eine Schule, erbundene Sporthalle, auf die wir stolz sein dürfen. Ein tolles Bauwerk und in diesem Sinne würde ich mich freuen, Sie dort zu treffen. Bis dann. Amen. 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 Vielen Dank.